Wer hat den denn bitte schon von euch grad angeschaut? Ich hab ihm nur seine wunderbaren Brüste beobachtet. Aber Endermen sind sowieso so verbuggt, die tauchen nicht mehr auf. Ähm, ja, dann lass uns jetzt doch nochmal was vernünftiges machen, bis die Aufnahme zu Ende ist. Was ist vernünftig? Wir könnten uns spanken, wir könnten einen riesigen Pornoketter bauen, wir könnten einen Tanz... Wir könnten einen Tanzparkett einbauen. Genau, komm, lasst uns den Schlingel tanzen, ne? Ja, ist klar. Tanz den Krampf. Nee, nee, nee. Ja, genau, der Schlingeltanz. Gib mir mal, warte mal, ich brauch mal kurz ne lange Stange, dann kann ich ja Stangentanz machen hier. Oh mein Gott. Bitte bauen wir so einen Keller mit Käfig, schönem Tanzparkett und dann die großen Stange. Äh, Basti, falls du genau wissen willst, wieso ich grad sagte der Schlingeltanz, ich werd dir später mal einen Link zukommen lassen. Okay. Wollen wir nicht das Lager ausbauen. Basti, ich kann's dir auch kurz vorm erklären, im Äther hat Schlingel so rumgetanzt. Ja, äh, äh, Dingens, äh, großer YouTuber, Name nicht erwähnbar, hat sie, äh, äh... Es ist motherfucking Zombie, ey. Ich brauch diesen Namen erwähnen. Äh, ne Disc gekriegt von dem Moa. Und hat sie, äh, hat sie, äh, hat sie, äh, hat sie reingezahnt und auf einmal fing Schlingel an zu tanzen. Ich zitiere mal. Hey Schlingel, ich glaub mein Moa ist krank. Warum? Er hat ja zu dir geschissen. Ich, ich dachte das wär so ein Ei, aber nein. Es war ne Disc. Dann legt er die ein auf einmal, fängt Schlingel an ganz sexy zu tanzen. Und das hatte er sogar aufgenommen. Und... Können wir mitten in LP, alle Parts aus anderen LPs erzählen? Ja... Ja gut, meine Fresse, machst du jetzt auch nicht jeden Tag YOLO. Ich hasse Leute die YOLO an. Das ist voll der... YOLO, äh, oh, oh, Basti, Steven ist gay. Wer heißt nämlich Secretly, we are gay. Hey, oh, der Steve, der will's aber. Hier, komm mal, Basti, hilf mir mal. Hilfe! GAAH! Ich bin eine Biene! GAAH! Du bist gefickt! GAAH! Der stirbt schon ganz begeistert hier. Hilfe! Ich fühl, äh, ich werde... Keine Ahnung. Ist denn das? Das ist dein Annusproblem. Ich... GAAH! 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 Leute, ich glaub wir schaffen gar nichts mehr. Ich glaub wir sollten mal aufhören. Erst recht wenn Elia dann so viel lange Weile hat und hier Glas hinsetzt, dass, äh... Äh... Basti jetzt so nicht mehr rauskommt. Was? Ja. Der Familie. GAAH! 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 W X!! Ja, wollen wir das Lager denn jetzt noch ausbauen, damit wir wenigstens was Vernünftiges noch machen. Weiß nicht, wir kommen ja noch in Promo! Wir haben erst ernsthafte Sachen gemacht und jetzt machen wir Blödsinn, das ist doch der perfekte Abschluss fast schon! Moment. HA DU Warte, 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 warte. Ich kann immer mehrmals warte sagen. Steve, komm mal kurz zu mir. Interessant. Was hast du eingegeben? Was Böses. Ja. Äh, Steve. Schau mal, guck. Was ist die? Kame? Kame? Hame? Ha! Äh, Steven. Wie war das nochmal mit dem Mobs killen? War das Kill All? Batsche. Äh, okay. Steve. Mhm. Kame? Hame? Ha! Äh, ja gut, also Kellerausbau hat sich damit eigentlich auch schon fast erledigt. Da hinten haben wir auf jeden Fall ein gutes Loch. Wow. Steve, was hast du eingegeben? Wo's, wieso, wo soll ich was eingegeben haben, hä? Ja, wir haben hier ein Loch drin. Äh, ich, ist, wir können's halt. Ja, wenn du Nuke eingibst, dann passiert nichts. Ich habe nichts eingegeben. Wie, äh, ich weiß nicht, ob du das kurz gehört hast, äh, hattest. Ich hatte nämlich kurz die Instant Buttons an. Ja, warum hat's denn Zischbum gemacht? Weil ich grad was eingegeben hab. Das war, das war Bastö. Holy motherfucking Handgrenade. WUAH! Serious? Das ist unser Ha... Ey, mach kurz Creative an, mach einen riesigen Käfig und spawnen einen Giant da drin, dann haben wir ein Haustier. Alter, Basti, hör auf mit Spawn-Mob! Ich war das gar nicht, das war der Server, der wollte auf einmal da einen Giant haben. Er hat dazu ge... Das war GLaDOS. Wie, Mann, er läuft. Let's schweig! Wollen wir dann jetzt vielleicht mal aufhören, bevor wir sowieso zum Nichts mehr kommen? Ja, irgendwie sollten wir das wirklich machen. Das war... Soll ich mal Enter drücken? Ja, ja, drück Enter. Soll ich dich mal... Drück Enter! Soll ich dich töten, wenn du das tust und uns die Welt kaputt geht? Ich hau es hier, wenn ich es nicht machen kann. Los, drück Enter! Nein, äh, wollen wir denn da... Ich hau nicht, wenn du es vorst. Äh, ernsthaftes machen, oder? Nein, ich glaub, wir kommen nichts mehr. Du kannst nie... Hör auf! Nein! Ich kann hier, äh, Steve, ich kann mich auch einfach unverwunstbar machen, ne? Du kriegst ja keinen Scha... Oh, doch! Steve, katapultier mich mal ganz hoch in die Luft. Ich bin... Du kannst mir keinen Fallschaden mehr verursachen. Oh, guck, guck, jetzt geh mal weg! Guck! Ich krieg keinen Fallschaden. Ach, du hast dich... Du hast dich gegottet. Ne, ich hab, äh, bei dem X-Ray, was standardmäßig drauf ist, hab ich hier diesen Flugmodus. Und sobald ich den aktiviere, ohne zu fliegen, krieg ich keinen Fallschaden mehr. Du hast X-... Du hast X-Ray? Das ist, äh, jetzt ist kein Flymod mit drin gewesen. Das ist, weil nur Flymod drin gewesen. Das gibt's ja nur so. Ich benutze es zwar nicht, ich benutze eigentlich immer nur das hier. Guck mal! Äh... Da liegen noch... Oh. Das ist grad noch... ...ich hat grad noch richtig zu gehen. What the heck? Ich... 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 Ich hau... Ich slappe dich... Ich slappe dich baru... Mach mal den back-comment, ich hab meinen Items verloren. Ich, ich, äh... Ich, äh... Slappe dich in baru ans. Back-comment. Blei is not enabled on the server, danke Steve! Ihr erst mal total riefolp, wie so ein Mädchen! Nein, hör auf! Hör auf! Ich war doch allein in Tims! Guck mal, ich kann fliegen! Ja, und gleich bist du gebannt! Nein! So, dafür... Ich darf nicht zu lang fliegen, sonst kommt... BÄB! War was? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Das ist Mobbing! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Müsste anfangen! Hör auf! Hör auf! Darf ich bitte mal, jetzt mal anfangen, Sprengzeug! Hör auf! Nein! Es ist nicht! Was ist jetzt? Aus, ich will meine Items zurück Worte mich mal jemand zurück Ich weiß ja nicht mal, wo du zuletzt warst Warst du denn circa die Koordinaten, wo du das letzte Mal warst? Nee, ging schlecht Ich wurde ja alle 3,5,5,5 alle 0,3 Sekunden hochgeschmissen Meinst du so? Nein, ich bin nicht im Wasser gelandet Am besten jetzt gleich im Laden What the fuck Viel Autorotel Der portet mich einfach mal aus der Welt raus Oh, jetzt zieht Oh, jetzt fahre ich an Falscher an Wow Und ich bin weg Ich bin aufrechterhalten Ich werde nicht fallen Beginn Er slappst mich gegen die Decke der Welt Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Du kannst mich nicht recht nicht slappen Ich bin über der Welt Über den Wolken Warum zur Hölle bin ich jetzt im Dschungel? Ich bin irgendwo im Dschungel Am Arsch der Welt Über den Wolken Ja, ja, ja Wird die Freiheit wohl grenzenlos sein Du bist wieder fach Ich sehe schlicht Ja, jetzt packt ihr mich im Bett noch rein Das schafft auch nur er, ne? In den Himmsteinen Möbelten Wirst du ganz schnell mal ein Schauzerquatch Ja, ich bin gesteinig Ich werde nicht fallen Du kannst mich nicht slappen Solange ich fliege Ganz ehrlich Ich bräuchte so ein Power-Tool Aber das gibt es hier nicht Where the fuck did you port with me? Ey, ich bin wieder im Stein Über den Wolken Beenden mir dann mal die Aufnahme, bitte Mach's Spaß da hinten? Über... Wo bin ich? Alter, wie hoch hast denn du mich geportet? Ich sehe die Sonne Also zumindest ist es auch nicht mehr auf dem Radar erkennbar I love the game Kommst du da drauf? Ah, downloading terror Ah, terror Also... Das waren meine... Das waren... Das war meine... Meine Einzels? Ähm, Steve, ich bin gerade bei Z 255.555.555.555. Also Farlands Ich kann nicht respawnen Du stehst doch da Ja, mein Minecraft hat sich aufgehängt Ja, ich bin aus der Welt gefallen Über den Wolken Ja, 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 ja Wir haben unser Inventar offiziell verloren An I'm back Basti, wo bist du? Basti? Basti? Keine Ahnung Ähm, grad... Das hängt sich irgendwie mal in Minecraft ein bisschen auf Ja, äh, was glaubst du, was gerade mir passiert ist? Wenden wir da mal die Aufnahme vielleicht? Yeah, plus 77, plus 10, minus 100 Also, ich glaube, ich schreibe dir jetzt schon mal Gunai Spiel für die CS-Girl So, Leute Wir starten also am nächsten Mal ohne Inventar Ohne irgendwas mal wieder Und ich würde echt jetzt sagen Über den Wolken Ei, ei, ei Heute lässt die wie wohl grenzenlos sein Sicherheit im Haus Wie, wo ist deine Rüstung hin? Frag am besten gar nicht Basti, wo bist du eigentlich? Basti? Äh, irgendwo Ich, ich, ich wechsle dann schon mal den Team-Speed und alles, ne? Ich wechsle dann schon mal den Team-Speed und alles, ne? Nein, wir müssen ja erst noch aufhören So, wir haben ein bisschen gecheatet Wir hatten einfach Spaß Wir haben unseren Inventar verloren Wieso kann der fucking Tommy die Tür zerprügeln? Ach, das sind nur die Anzeichen, aber wir sind auf... Nein! Safe Die Tür hat Risse Wie hast, was hast du da eingegeben? Dass ich geslaynt wurde? Dave, die Tür hatte gerade Risse Ich wechsle Ich dachte Zombies können das nur im Hardcore Beendet ihr jetzt bitte die aufhören Ja, ist ja okay Wir sehen uns beim nächsten Mal Wenn es wieder heißt Minecraft Together Ohne Inventar Äh... Bis dahin und... Ciao Wollte ich auch mal Ciao sagen Peace Und was ist mit dir? Mach halt Geht doch immer wieder los Über den Volkern Ei, ei, ei Wird die Freiheit vor Grenzen los sein